Aber das Studio ist wirklich, wirklich eine Herausforderung. Singen muss man deshalb genauso. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Ich singe nicht für das Studio jetzt plötzlich leiser oder lauter als für die Opernbühne. Ich singe auch nicht für 500 Leute im Saal leiser als für 3000. Da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Man macht seine Sache, man singt mit seiner Stimme. Das kann mitunter in einem sehr kleinen Saal dann zu laut werden. Das kann bei manchen dann in einem sehr großen Saal zu leise werden. Das ist schon richtig. All das darf einen nicht beeinflussen. Egal wo, egal was, egal wie, am Ende des Tages muss die eigene Leistung immer gleich gut sein.